Kurz nachdem wir ausgelockt haben, habe ich ein YouTube-Video angemacht, in dem ich gesehen habe, dass man diese Stacheldraht-Dinge auch entfernen kann. Daraufhin haben wir uns entschieden, dass wir nochmal kurz vorm Server Restart zum Base oben laufen und die beiden Stacheldrahte wegmachen. Ja, dann waren wir auf jeden Fall gerade auf dem Weg dahin. Und als wir dann ankamen, wie mein Befinden das dann immer so macht, ich muss dann über alles schnell drüber steigen und so und auf einmal dann, wie es dann so kommen musste, sagt es Knack und mein Bein war gebrochen und ich lag da rum und war halb am Verbluten. Ich konnte sagen, weil Ben lag noch dabei, konnte mich dann noch bandagieren und ich konnte mir dann in der Zwischenzeit kurz noch Humorphin geben. Nachdem dann auf jeden Fall das zweite Stacheldraht weg war, habe ich kurz Leiche 1 geplündert, dann Leiche 2 inklusive Lootsport rechts daneben, dann zum Hubschrauber und da nochmal geguckt, ob da noch irgendwas abgeht. Da war aber nichts und daraufhin bin ich dann wieder in den Busch rein, woraufhin dann auch das Server Restart kam und es danach weiter ging. So, ich bin auch wieder drin. Heli ist noch da, sagst du? Ja, ja. Ist er noch heil? Er startet wieder. Krass, soll ich reinkommen? Ne, ich fliege jetzt erstmal hoch, wegen den Zombies, weil die Hirten halt. Achso, ja, okay. Wo soll ich hinlaufen? Ich lauf Richtung Norden. Ähm, lauf runter zu Chris da. Doch nicht zum Affi, oder? Weil der Zombie hat mich gehittet, ich blute. Okay, ich lande mal hier hinter, hinter irgendwo. Ja. Kack, Zombie. Ja, ich hab keine auf Hand, warte. Ich hab gar keine. Nimm aus meinem Rucksack raus. Oder vielleicht reicht auch Essen aus. Ich hab keine Ahnung, ne, ich hab ja noch ein bisschen Rabbit Fleisch. Ich ess dann nachher Rabbit. Chris, bist du da? So. Komm, Chris, einloggen sofort. Seid ihr drin? Wir haben den Heli. Wir haben ihn klar gemacht. Der Heli verliert nämlich Benzin. Wir müssen jetzt schnell irgendwo hinfliegen, wo wir tanken können. Okay, wo ist der Heli? In der Luft. Wo wollen wir hin? Chris, jetzt mach mal hin. Ich joiner. Ich bin schon dabei. Es ist so krass. In welche Richtung soll ich denn laufen? Ähm, Lauf in Richtung... Stadt. Airstrip. Richtung Ost soll ich laufen. Nein, straight Richtung Osten. Ja. Aber sag ich doch. Ja. Okay, ich schmeiß den Heli mal an. Dann wirst du ihn vielleicht auch gleich hören. Wie, du schmeißt ihn an? Na, ich starte ihn. Bist du oben? Nein, wir sind schon weggeflogen. Okay. Wir sind ein Stück, nur, weiß nicht, 100 Meter oder so rausgeflogen. Oh, Gewitter. Ich bin Heli. Aber nur ganz mini. Er wird lauter. Soll ich einsteigen oder was? Ja, Chris, ich weiß nicht, wo du bist. Ich laufe Richtung Heli. Er wird immer lauter. Fliegst du? Ja, natürlich. Achso, ich bin unter dir. Also, passt. Du bist jetzt abgedreht, wa? Ich muss zurückkommen, aber ich bin mitten im Wald. Ja, ich lande nicht im Wald. Ja, das ist mir schon klar. Oh, schön wieder auf ne Schrägen landen. Richtig, fine. Richtig. Lauf, 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 lauf. Komm, ich komme, ich renne durch. Und einsteigen. Der Crew Chief ist in Beck. Ja, klar. Am Start. Ja, ich bin Beck. Soll ich mal Beck sein? Eject? Eject, genau. Okay. Jung. Was? Haben wir uns? Wir wollten eh die Ge-Rack. Ja, Mann. Das ist so krass, Mann. Doch, mit Plus kannst du zoomen. Alle hören um. Mit Plus kannst du zoomen, hast du gehört? Ja, geht nicht. Die Jungs, die... Achso, doch. Da unten ist ein Auto. Da unten ist ein Auto. Viele? Nein, ein Auto. Ja, wir müssen jetzt erstmal tanken. Wir können immer noch zurückkommen. Merkt ihr mal, wo das ist? Da unten ist auch ein Auto. Siehst du es? Ein Bus. Kleiner blauer Bus. Ja, guck mal, wie leicht man looten kann, Mann. Mit dem Heli. Ja. Ben, der Fliegmaster. Ja, ich gebe jetzt keinen Speed. Wir könnten halt schon schneller da sein. Ja, ja. Ich will nur mit dem Benzinhalt aushalten. Meinst du, das ist bei diesem Spiel wichtig, so? Ja, wenn du Schiff drückst, dann verbrauchst du mehr Benzin. Oder... Hatten wir den Schiff? Weil ich kann ja auch oben die Rotoren beschleunigen. Ey, du landest aber nicht genau daneben. Dahinter. Alle wissen jetzt, dass wir dahin fliegen. Pass auf, wenn du jetzt stützen darfst. Kann ich ihn nicht drehen in der Luft? Fuck, Mann. Mach was, Junge, ey. Ich hab so Schiss. Eject. Ja, lass mir mal hin. So, tanken, Leute. Bitte. Tankst du du? Ich bin in den Baum. Ja. Guck mal jetzt her. Schüsse. Tommi kaputt geschossen. Ich bin der Gunner, Mann. Boah. Übergebring, ja? Nee, ist echt nichts drin. Du kannst auch nicht mehr starten. Nein. Was ist das denn am Kaputtesten? An den Fenstern kannst du ja nicht liegen. Doch. Man hat halt einen Zombie getötet. Warum? Geht es nicht lauter? Du? Wo ist er? Wie war das mit dem Markier? Wie macht man das? Doppelklick. Was, Junge? Ey, ist es dein Ernst? Ja, warum nicht? Was willst du denn jetzt machen mit dem Heli? Bist du ihn jetzt besniten, oder wie? Müssen wir nicht. Wir können auch nach Süden und gucken, ob uns was entgegenkommt, oder so. Ich hab jetzt Heli geschrieben. Schießt ihr? Ja, ich stehe direkt hinter dir. Da war ein Zombie an deinem Arsch. Bandages hat er. Du hast gar nicht geschrieben, oder? Doch. Ich hab's nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schreiben und Sehen und so weiter funktioniert. Da steht einer im Baum. Ist Julian? Ja. Stimmt. Oh, fuck. Ich dachte, du bist noch am Heli. Oh, Mann. Ich wär schon tot. Wenn du echt wärst. Ich glaub, du kannst mir das Bedingungslos doch geben, weil es ist ein bisschen mehr als ein Zipfel weg bei mir. Nein, Penis. Penis und Heli wurden markiert. Seid ihr scheiße, ey. Äh, ich hab keinen Penis markiert. Du hast einen Penis markiert. Jetzt hab ich einen Blit Dude gemacht. Ja? Als ob jetzt einer herwetzt, ey. Heli, 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 Heli. Ja. Meine, meine, meine. Guck mal auf die Map. Ja, bei mir stehen immer noch nur die beiden. Was? Bei mir stehen... Also drei. Zwei, vier, sechs, sieben. Martin, wie viele stehen bei dir? Drei. Heli, Penis und Vagina. Na, bei mir auch. Und der Dude stinkt und deine Mutter und Landingsohn und Arrival? Ey, da unten recht. Das wird bestimmt voll im Büro raus. Du bist ein geiler Baum. Du bist ein geiler Baum, ey. Warum steht denn da, der Dude stinkt? Tut er das? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Dude heißt. Ja, aber es haben wir Dude. Ja, so heiße ich nicht mehr. Hast du dir die Playlist noch nie anguckt, oder was? Ne, wer heißt nur? Arsch-Penetrator? Mindestens. Ne, sag mal. Pony, Pony, Run, Run. Hm. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich sicher rauskomme. Ich könnte einfach was in den Chat reinschreiben. Ja, mach mal. Schreib mal... You're the Bandit. Könnt ihr lesen, was ich geschrieben hab? Du heißt Spider-Boom. Könntest du lesen, was ich geschrieben hab, oder geht das nicht? Ja, Pony, Pony, Run, Run. Ja, und? Was steht da? Was hab ich geschrieben? Pony. Oh Mann, ey, alter Spieler. Esst die Chips dich, oder? Wollt ihr mal wissen, welchen Geschmack die Chips haben? Na? Müsst ihr Ben fragen. Rot-Weiß. Schmecken überlecker. Ich mag Currywurst. Bisschen pervers ist es schon. Nee, Mann. Ich würd' auch welche essen, die nach Chips schmecken. Ja, wohl nach Böden ja schmecken, nach Scheiße. Oder nach Döner. Oh. Greek-Style hab ich schon gegessen, schmeckt ganz gut orientalisch, naja. Ja, orientalisch. Wie ist es denn hier so mit gelbem Blut? Komm. Hubschrauber fixen ist verworfen, ne? Hm. Ich glaub fast, oder? Hieß ja nix. Wir sollten es einfach mal offen lassen. Guck mal, rechts oben auf den Berg. Oder ist es zu weit? Ich bin Forst Gump. Ich bin der schwarze Forst Gump. Ich lauf mal hier vorbei. Ey, hätten wir uns jetzt was gebrochen, hätte ich dich ausgelacht. Und dann ausgelockst. Na, komm, wir gehen da jetzt hoch. Pass auf, wer zu gleich will. Nein, ich wollte alleine da hoch. Ich hab doch nur CZ. Ja, ich hab ne... Ne Pauna-Waffe. Pass auf, wir tricken den Zombie aus, wir laufen hinter in den Wald, okay? Ne, wir laufen Kreuz. Kreuzfeld-Jakob. Muss man mit CZ ausprobieren, wie hoch sie schießt. Aber nicht auf mich. Bambi-Killer everywhere. Schreibt mal, er soll in den Norden kommen, wir sind keine Bambi-Killer. Da links ist was. Glaub ich. Weiß ich noch nicht, ich lauf hin. Was ist denn da? Ja, wie da lag jemand oder da liegt irgendwas. Oder ein Baum. Oder ein Baum, aber ich glaube da lag was. Wie weit? Nicht weit. Hier, Dosen. Ach ne. In der Richtung, in die du gehst, oder was? Da vorne liegt doch irgendwas, oder? Oh ja, ich sehe was. Ein Baum, ne? Neben dem Stamm. Ja. Wird aber eine Pflanze sein, glaube ich. Es ist... Ein plattgefahrenes Zelt. Nein. Geplättet. So kann man es auch tarnen, übrigens. Ja. Dann kann man ja rauf gehen. Ich bin gerade genauer, als ich schlecht gesagt habe, an der Mauer lang. Du bist an der Mauer lang? Ja. Direkt an dem Haus, über die Straße rüber. Dann bin ich rechts wahrscheinlich neben dir. Hm, ich ranne jetzt Richtung 7 straight. Ich fast auch, ja. North of Berenzino, sind die Leute... Mal hier, Jo, Geist, äh, Uralgeist, North of Berenzino, sind immer da. Das sag ich doch. Da steht mein Auto. Hä, aber doch nicht mit Ural. Nee, aber... Aber die hattest du gesehen, ne? Den blauen... Ich hab'n blauen Ural gesehen, ja. Wenn der blau ist. Schreib mal. Nein, wieso? You mean the blue one. Schreib mal the blue one. Und wenn die schreiben yes, weil die denken ja, dann du bist es. Steht's da? Ist doch egal, bringt doch eh nichts. Jetzt schreib! Wir bringen Informationen nicht. Ich will mich nicht verraten, dass ich dieses Spiel spiele. Dein Arbeitgeber schaut mit, oder was? Ja. Ich bin grad auf Arbeit. Ja, wir haben grad deinen Arbeitgeber getötet, eigentlich. Ich hab' Nachtschicht. Ja. Ich hab' einfach die Telefonleitung blockiert. Ich seh' den Hasen. Ja, wir sind... Ich bin über den Umspannwerken, sozusagen, in deinem Wald. Okay, ich bin auch nördlich von denen. Ich geh' jetzt an der Waldkante lang. Also ungefähr... ...300 Meter oder 400 Meter von den Umspannwerten entfernt, an der Waldkante. Nördlich, ne? Ja. Ich schieß' auf'n Hasen, oder auch nicht, weil er grad wieder wegkoppelt. Bist du eher oben, oder eher unten? Ich bin eher oben. Nein, Ben. Eher oben. Okay. So, Achtung, 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 ich schieß' ich, ich schieß' ich. Auf wen denn? Ich bin ein Hasen, Mann. Nein, auf keinen! Hä? Der ist jetzt grade hochgesprungen, irgendwie. Wie seh' ich laufen? Weiter nach links? Ja, ich will ja nicht zu dir. Ich stell' mich hier in den Baum und snipe einfach. Nach 30 Minuten Gekampe bei Celeno-Gorsk haben wir uns dazu entschieden, zum Balota Airfield zu gehen. Wir gehen zum Airfield. Wo seid ihr denn jetzt? Hier Richtung Osten, hinter dir. Straße? Welche Straße ist das? Wann mach ich, muss mal kurz abchecken. 47. Okay, 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 okay. Leute, wir sind ganz dicht dran, Leute. Stopp, 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 stopp. Wo seid ihr? Wir müssen jetzt hier über die Straße übersetzen. Dann kommt auch schon gleich das Airfield. Das Airfield? Achso. Nein, der erste Script, der kleine. Okay, warte. Seid ihr über die Straße rüber? Nee, nee, noch nicht. Ich mach mal das Nightvision an, glaub ich. Ich seh's doch schon, das ist doch voll vor uns, Mann. Ja. Wir sehen schon die Hangars von hinten. Wo sollen wir uns denn da verschanzen? Ja, halt langsam vorgehen und leise. Wenn ich schieße, ist das alles andere als leise. Wo positioniert ihr denn jetzt? Guck mal auf die Straße. Erstmal über die Straße rüber. Und dann? Nee, wir wollen ja erst mal gucken wir auf den Tower und auf die Umgebung hier in diesem Feld. Ja, wollen wir uns nicht aufteilen? Wieso aufteilen? Ey, ganz ehrlich, ich seh kaum noch was. Auch mit... mit Dings. Euch auch. Und euch seh ich... Öh, doch, hier seh ich einen. Tam, 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 tam. Ja, musst du neben mir stehen? Äh, auf dem Airfield sind Zombies, übrigens. Ja, aber die können auch durch uns kommen. Hm. Okay, ich guck in den Tower oben rein. Da hinten geht der Mond auf. Oh, ist das schön. Mies. Wisst ihr, wo ich bin? Nein. Ja, ich weiß, wo du bist. Du dich zwar jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich lieg im Baum. Der Toner liegt auf Fliegen. Bin mal aufgeschangen. Wo ist der Geist Links on Circle Cycle. Hast du Fahrrad? Ach, äh, Martin, du wirst links nehmen, oder? Äh, links? Guck mal nach links. Guck mal nach rechts. Nach links? Guckst du gerade? Wie, wiesst du den Kopf? Ja. Steh mal auf. Stehst du? Ja, ich hab mich wieder hingehockt. Nein. Guck. Alter, hier ist hier auf jeden Fall einer. Chris, steh auf. Ich steh auf. Ich bin im Baum. Chris, steh auf. Bin aufgestanden. Ja, ich bin aufgestanden. Du stehst. Chris, du stehst. Chris, du stehst. Ich hab mich hingehockt. Hier steht auf jeden Fall einer. Ich schieße jetzt, okay? Ich steh im Baum. Ja. Ich leg mich hin. Ich leg mich auch hin. Schieß. Ich liege. Er ist tot. Keine Einde. Er ist ausgenockt. Er liegt hier. Soll ich nochmal schießen? Loll, Alter. Natürlich, ich töte ihn. Wir sind es nicht. Ich glaube, der Kuli. Jetzt ist er tot. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Dude ist. Ich auch nicht, aber ich hab ihn gehört schießen. Ich höre jetzt fliegen. Ich habe schon echt gedacht, er tötet mich schon wieder. War er genau neben dir? Ja. War das ein Bandit? Nein, war kein Bandit. War normal. Wie ist er ausgerüstet? Keine Ahnung, ich bewege mich jetzt auch nicht. Ich bleib hier stehen. Ich habe mich nicht gesehen und es ist auch gut so. Ey, ganz ehrlich, Chris, du hast nicht mich gesehen, du hast den Typen gesehen. Kann das sein? Ja, ich befürchte auch. Und der hat dich gesehen und wollte auf dich schießen. Jetzt schieße ich mir einen. Nachträglich. Spawn and get killed. Ich höre was laufen. Ja, aber ich habe jetzt ein Zombie-Probleme gerade. Hier läuft einer. Das kann ein Zombie sein. Wart einfach mal ab. Das ist ein Zombie. Ich glaube, ich will hier weg. Komm weg ran. Ich habe so Schiss. Hier läuft es nicht zur Farm da gerade rüber. Äh, zum Hauptquartier-Tower da. Ja, ich dachte hier war das Loch im Zaun. War das nicht? Ja, du kannst doch da rein laufen. Also ich würde sehen, wenn einer gut zum Haupteingang bei dir reinkommt. Oh, fuck, Zombie-Argo. Übergut, dude, man. Der liegt übrigens immer noch, wenn ihr ihn suchen wollt, ne? War doch anscheinend ein Anfänger. Keine Ahnung. What? Why did you ruin my camp spot? Jungs. War aber nicht den, den er geschütet hat. Charcouli oder so hat er gedrückt. Ja, ja, aber vielleicht ist der hier in der Nähe und hat jetzt Schiss. Aber was hast du gehört? Hat er sich bewegt, dude, oder hast du ihn nur gesehen? Ich habe ihn nur gesehen. Lol, ey. Du bist auch echt so, in so einer Situation überlebst du immer, wenn irgendwer Fremdes neben dir steht. Naja, er hatte Glück, man. Ich habe ihn ja gut abgelenkt. Meinen ganzen Körper. Ich gane Gilly. Also wenn ich Night Vision... Oh, fuck. Waffen. Bewegt. Was? Ich bewegt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Bin jetzt auf der anderen Seite vom Tauern. Aber... Ob das hier viel bringt, weiß ich nicht. Ne, wir haben gerade einen getötet. Nach drei Stunden niemanden sehen. Der hätte aber auch mich töten wollen. Ich glaube, ich sehe noch einen. Töt ihn. Ich kann es nicht sein. Ne, warte erstmal ab. Ich bin hier... Ich bin hier relativ nah dran an dem Turm hier oder sowas. Ja, ich glaube, ich bin hier aber am Wendet. Weit weg? Ich habe eine M14, ne? Weißt du? Ja, hast du Angst? Natürlich habe ich Angst. Will er zur Leiche? Nein. Bewegt er sich? Nein. Okay. Scheiße, ich kann es nicht sehen, ob es wirklich einer ist. Ob es ein Bandit ist oder... Bist du sicher, dass es ein Mensch ist oder... Weiß ich nicht. Na, ich bewege mich erstmal keinen Schritt. Ich glaube, es ist ein Bandit. Wo? Sag mal wo. Höhe der... Der... Der Baracken da oder... Nein, hinter uns eigentlich noch. Okay. Seht er, hockt er, liegt er? Ich meine, er hockt direkt am Baum. Äh, ich... Hat er mich hingehockt? Ich... Ich sehe ihn nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Was machst du denn? Ja, ich versuche hier gerade rumzugucken, bisschen. Okay. Ich höre die Fliegen. Ich glaube, ich höre die Fliegen von dem Typen, den du getötet hast. Ja, das kann sein. Also ich bin... Ähm, warte mal, wo bin ich? Oh man, Alter, dass er mir sich bewegt oder weiß ich was macht, wenn ich hier M oder keine Ahnung was drücke. Katze, ey. Ich bin 47, 126. Also genau in der Mitte von der Karte aus zwischen Straße und diesem Waldstück. Also, ja, dem Waldstück. Genau in der Mitte bestehe ich. In Richtung... Naja, so der Tower ist ein Stückchen links von meinem geraden Blickwinkel Richtung Süden. Im Wald aber. Also ich gucke praktisch rechts an dem Tower vorbei. Wenn ich gerade ausgucke. Okay, ich komme mal ran jetzt, ne? Mhm. In meiner Leiche? Lol, da warst du? Okay, krass. Dann ist jetzt quasi vor dir... War der Gegner, den ich gesehen habe. Vor mir? Vor dir, ja. Was heißt vor mir? In die Richtung, in die du gelaufen bist. Aber auf der anderen Straßenseite. Okay, er hat AK. Ja, er hat halt nur eine AK mit Muni. Und Bandage und sowas. Immer eine Bandage mit. Okay. Ja, ich weiß nicht, wollen wir weg? Ja. Wie weit hast du ihn von der Straße aus jetzt gesehen? Wie weit weg? Nicht weit. Die Ava-Base ist zu leicht zu bekämpfen, schreibt er. Ja, ich sehe dich. Mich? Ja, ja, ich bin hinter dir. Okay. Und dann linke Seite habe ich den gesehen. Jetzt hast du nichts mehr gesehen? Da oben? Über dem Feld? Nee, da wo ich jetzt hingucke. Keine Ahnung, ob da noch einer ist. Soll ich mal in den Wald drüber laufen? Bitte dem eher? Ja, sonst laufst du da rein. Das ist mir jetzt echt nicht wert. Wollen wir anders hingehen? Ja. Wollen wir weiter nach... Äh, Osten? Wollen wir machen. Wo bist du, Chris? Ja, er ist nicht von euch. Ungefähr. Hallo, ich habe Zombie-Agro. Auf geht der Marsch. Du müsstest ja über so eine Lichtung gehen, oder? Weiß nicht, ich lauf gerade an der Straße. Vor mir kommen jetzt gleich ein paar Häuser. Okay, ich sehe dich. Sehst du mich auch? Hier folgt einer. Zombie. Ja. Und ein Typ. Ein Typ. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ich nehme ihn weg. Cool. Seht ihr mich? Nee, oder? Nö. Ich bin genau sieglich von euch. Genau. Doch, ich sehe dich. Mies, oder? Siehst du auf uns? Ja. Jetzt nicht mehr, ich finde. Ja. Für den Inferno, so Chris, auf den ersten Blick wird er für mich auch rausgegeben, wenn ich bin Bandit. Bin aber ganz schlecht. Wie sein Hut wird immer so weiß gerendert. Okay, da kommt nachher auch gleich Cerno. Aber hier sollten die auch Sniper sein, ne? So, ein bisschen Infizierte, keine Zombies. Wenn wir jetzt leicht abgehoben. Okay. So. Ja, der Dude müsste uns schon sehen. Wollt jetzt nach Cerno. Ja. Wollt noch rein und das Medizin holen. Das würde ich lieber in Berizzino machen, oder? Ich kann doch mal gucken. Ich kann doch mal sterben. Es ist schon nach 12... äh nach 10 Uhr... äh nach... nach 2 Uhr. Ihr wisst doch, nach 2 passiert nichts Gutes mehr. Eigentlich müsste man das auslaufen. So, folgen wir die Regel? Machen wir morgen weiter? Oh, da habe ich keine Zeit. Aber können wir machen. Das ist morgen Tag. Geh doch morgen an. Ich bleib dann hier im Baum. Ich stell mir die Wecker auf 10. Ja, ist klar. Machst mit? Nee. Warum nicht? Wecker stellen ist was für Später. Aber nicht am Wochenende. Hä? Aber doch nicht am Wochenende. Was ist denn sonst? So, ich beende mal die Aufnahme. Okay, ich seh Sie mehr. Ich seh Sie mehr. Ich seh Sie mehr. Ciao. Ich seh mehr. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020